Die Saison ist mir ewig lange vorgekommen, aber wir als Mannschaft verschenken einfach nur noch ein riesengroßes Dankeschön an euch Fans, Zuschauer und einfach viel, vielen Dank gesagt, dass ihr immer hinter uns gestanden habt und gerade in so schweren Zeiten auch an uns geglaubt habt und ja, im Endeffekt haben wir das Vertrauen auch zurückzahlen können und ja, das ist, glaube ich, ein geiles Abschluss mit dem Sieg jetzt auch für Pascal Kreier. Jetzt würde ich sehr, sehr hauen. Vielen herzlichen Dank und er hat uns schon gesagt, es gibt jetzt 100 Fässer Freibier, vielen herzlichen Dank an den Beweisgegen der Haare in der Luft auf uns, die hat Fässer Freibier reingehört haben, jetzt an der Stunde, die Mannschaft ging nochmal rum, verschenkt noch ein paar Sumeniers als Weiterschein für die tolle Saison. Macht euch noch einen schönen Sonntag und wer das letzte Ergebnis gewartet hat, Heidenheim gewinnt 3 zu 2 in England.